Musik Hey Leute und willkommen zu Türchen Nr. 14 vom Adventskalender. Ihr seht mich wieder nicht, denn es ist kein Video gegen einen Zuschauer, sondern gegen den lieben Nick. Mit dem habe ich nochmal zwei Challenges aufgenommen, als er letztens hier war und das gibt es heute als Adventskalender zu sehen. Die heutige Prognose fällt daher aus. Schalke gegen Frankfurt wäre es gewesen. Ein unglaublich schweres Spiel. Ich habe in den letzten Spielen immer gut getippt, allerdings weiß ich hier echt nicht, was ich tippen soll. Ich denke trotzdem, dass Schalke sich irgendwie durchwurschtelt und da ein 2 zu 1 rausholt. Aber es ist ein richtig, richtig schweres Spiel. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Ja, let's go. Also ich Dortmund, du Bayern. Start nochmal rein. Und dann mit meinen krassen Skills skille ich dich mal an die Wand, okay? Torschießen gegen Tor, das ist nicht so einfach. Das ist immer geiler, wenn das Tor eigentlich leer ist, aber 0. Das war richtig gut. Jawoll. Ja, schon gar nicht so schlecht. Sancho. Als ob der geht. Nice, mein 5-Sterne-Skill ist instant weg. Durch Survival. Danke für nichts. Ah man, das war eigentlich voll gut gemacht. Ich muss mal wieder selbst loben. Ich habe keinen einzigen 5-Sterne-Skill gemacht und direkt geht mein 5-Sterne-Skill. Nein, oh, abpraller. Ekelhaft. Bitte, Lewandowski, geh einfach. Ich will das immer doch, jawohl. Ciao. Ende der ersten Halbzeit. Kann man machen. 1-1, gar nicht so schlecht. Ultra anstrengend. Ja, schon. Ich finde es aber auch echt, ich finde es echt selber auch mega anstrengend. Alter, ihr so ein unfairer Spieler hier die ganze Zeit am Foulen, der Mieke. No, er geht um, bitte Paco, geh du einfach. Ach, ich will dich nicht mehr in meinem Team. Das ist ein Reus. Nee, nee. Das ist, jawohl. Das ist gut. Immer die, die schießen, verlassen gerade den Platz. Alcacer braucht keine Sau. Oh, bitte jetzt. Witzel, weg mit dir. Raus mit Reus. Na, warum gehen immer die, die treffen? Ja, Witzel hat so eine Chance jetzt gegen alle anderen. Ja, GG. Ja, mach doch den Trick, oder? Er braucht einfach keinen Trick. Er geht auch so einfach durch alle durch. Lol. Alter, so gut. So gut abgewehrt. Nein. Man kann halt echt nichts mehr machen. Das ist so krass. Na, guck, du nicht mehr. Ja. GG. Torwart. Oh, Witzel. Hast du das gesehen? Alter, als ob der den nicht macht. Nee, oder? Er geht einfach nicht am Ball. Drei, zwei, eins. Da ist der Sieg. Lol. Er wirft erstmal meinen Tor noch. Da ist der Sieg. 3-2 war aber sauknapp. War nicht schlecht gemacht. Bin impressed. Mysteryball gegen den Nick. Nein, jetzt ist alles frei da hinten. Ja. Lol, als ob... Als ob du es noch so riskant machst, alter. Alles war aber trotzdem gut gemacht. Nicht schlecht. Da geht nur mehr in Führung. Seit wann warst du denn in Führung? Ja, krass. Zum ersten Mal bist du heute in Führung gegangen. Nicht heftig. Alter, ohne Spaß. Als ob du das nochmal so riskant gemacht hast. Als du den reingezogen hast, dachte ich so, oh mein Gott, als ob er ist jetzt noch verkackt. Dann der Pass und der Torwart war noch dran und so. Alter, dann nochmal weg. Ah, die Führter, na, solche Affen dribbling wieder. Er ist ja so langweilig, wieder dribbling. Was? Das Tor war leer. Er hat ihn daneben geballert. Willst du mich verarschen? Er war nicht mal mehr dran, dein Spieler. Schießen. Nein. Da habe ich so Angst, weil du darfst halt echt... Du darfst halt echt so aus 20, 30 Metern keinen Schuss zulassen. Weil sonst hast du echt ein Problem, weil die halt echt krass kommen. Zum Beispiel jetzt, finde ich gut, dass du nicht geschossen hast. Alter. Beispiel mal zwei direkt jetzt. Ja, das ist nicht so geil eigentlich. Komm, jetzt muss ich mal hier die Führung dann herholen, durch dieses Mal zwei. Branimir Hirgotha, mein Lieblingsspieler bei Fürth aktuell. Und das Geile ist, da drüben läuft noch Nilsen mit, der absolut nichts macht. Ich habe auf Kreis gewählt. Und der läuft einfach weiter. Oh mein Gott. Ich habe auf Kreis gedückt und der läuft. Und läuft und macht gar nichts. Tempo ist gar nicht geil, weil du jetzt kontern kannst, weil es eine Ecke ist. Deswegen schieße ich jetzt einfach, damit er rausgeht. Tempo ist nur geil, wenn man kontern kann eigentlich. Das konternst du jetzt. Nein, warum ich bin drin? Super, geiler Pass. Ja, und der geht trotzdem durch ihn. Jetzt bitte mal, endlich. Mal eins, naja. Aber es ist verdient, also. Was ich schon für scheiße vertafftaff da vorm Tor. Also, wenn ich einen gut ausgespielt hätte, dann wäre es hier schon locker das 1-1. Deswegen endlich verdient. Passspiel ist es wieder. Mal zwei Wetten, ja. Wenn ich jetzt eigentlich nicht so lecker wäre, wenn du jetzt vor der Allzeit noch ein Tor warst. Es ist geil, wenn es so eine Statistik gäbe, mit welchem Boost man wie viele Tore erzielt hat. Nein, Mann, nein, nein, scheiße, Alter, da sind wir aber fast da vorbeigemacht. Ja, ich weiß auch nicht. So ein Millionen-Kammer-A-Schuss-Ultra in den Winkel, ah, fuck, vor der Halbzeit hat das tatsächlich nochmal ein Tor gemacht. Zählt auch nur einfach. Kritisch, das ist nicht mein Modus, echt, das ist nicht mein Modus. Halbzeit. 2-1, es muss öfter schießen und Tempo kommen und dann alle Boots. Alle Boots, das muss dann am Ende kommen. So, Dribbling, ja, toll. Mal zwei, das ist tatsächlich was zur Abwechslung. Mit Dribbling habe ich, glaube ich, meine meisten Tore erzielt, weil das Gefühl auch immer kommt. Das heißt, wenn ich jetzt mit Dribbling mal zwei machen würde, außer du machst es jetzt, sieht danach aus. Boah, was? Ist der nicht mal, komm, jetzt Tempo. Schießen mal zwei. Nee, oder? Das ist so ein sicheres Tor. Ja, das ist schon... Bäm, Alter, da ist die Führung durch Keita Uell. Yes. Er ist irgendwie glücklich durchgekommen, muss man auch sagen, ne? Also, ähm, hier hatte ich schon Angst, dass ich ihn verliere. Dann habe ich irgendwas gedrückt und er ist dann plötzlich ganz vorne gewesen. Da kannst du dann nichts mehr machen, eigentlich. Tempo ist so geil. Alter, meine Mannschaft ist so schlecht. Was sind das für Leute, Alter? Wie er den nicht gemacht hat. Keine Ahnung. Da spiel mal drei, oder? Direkt ins eigene Tor. Oh mein Gott. Holy, war das knapp. Was hast du denn vor? Bullshit, Alter. Ich brauche den Dreier. Ja, Mann. 6 zu 2. Branimir. Hurgota. Yes. Ja, das Spiel ist natürlich noch lange nicht durch, wenn jetzt irgendwie schießen mal drei oder so kommt. Dass sie schießen gerade übrigens. Jetzt. Da ist es ernst. Nein, Mann. Gott sei Dank. Schade. Kein schlechter Schuss. Guter Reflex auch. Tempo und du konntest. Ey, das ist so häselig. Boah, Alter. Das ist halt schon richtig krass. Wenn du mal gut kiffst. Ah, jetzt gibt es, denke ich, alle. Ja, alle Boost. Mal drei. Alle Boost ist immer mal geil. Du hast jetzt Tempo schießen. Alles. Also eigentlich ist es ein sicheres Tor. Wenn du einen guten Pass spielst, dann kannst du kommen mit durchlaufen. Der Schuss kommt perfekt. Oder du, der nicht drin soll. Nein, nein. Sie müssen so ausgabe. Oh, wie. Deinemann. Immer noch hinkommen. Ja, aber auch mal. Ja, das ist der Besser der Mannschaft. Die ganz schön. Also qualitativ. Oh, dass der nicht drin ist. Ich habe dich so hoch genommen, als ich stehen geblieben bin. Ja. Der hat ihn so machen müssen. Der passt halt auch echt nicht schlecht in die Mitte, ne? Ja, absolutely no chance. Vielleicht komme ich wieder noch irgendwie hin, aber das sieht nicht so aus. Scheiße. Jetzt wird es nur mal knapp 4 zu 2. Wenn jetzt alle Boots kommen, mal drei. Dann wird es kritisch. Die Boots. Alle Boots. Noch zwei Minuten. Alle Boots jetzt. Oh. Nicht kontern, das finde ich ganz frech. Ja, genau so ist es gut. Ist vorbei. BAM! Das ist so, Alter. Alter, alle Boots ist unfair. Jawohl, da ist es das 9 zu 4. Sieg eingetötet. Nochmal schießen, ne. 9 zu 4, obwohl du zweimal geführt hast. Oder lange Zeit geführt hast. Ja, ist nicht schlecht. Aber ich noch ganz, ganz locker war. Fürth ist auch die bessere Mannschaft. Auch in echt. Also die sind, das wäre es Nürnberg eigentlich. Also vielleicht gar nicht. Spielen die überhaupt in der zweiten Liga. Aber es war schon einige Momente knapp. Auch ich, Alter. Ich hätte Spaß. Ich hätte so ein gutes Tor machen können. Ich weiß nicht, wo das war. Aber ich bin so aufs Tor zugegangen. Hab den Querpass gespielt. Der hat einfach nichts gemacht. Es gab schon krasse Chancen. Das war es mit dem Video. Lasst eine Wettung da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Türchen Nummer 15. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Türchen. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Türchen. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Türchen. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Türchen. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Türchen. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Türchen. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Türchen. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Türchen. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Türchen. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Türchen. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Türchen.